Was haben Paypal, Netflix, Upstart, Coinbase, Blog, Shopify und Palantir gemeinsam? Genau, alle Aktien haben bei vielen Investoren ein großes Loch im Depot hinterlassen und den einen oder anderen Schmerz verursacht. Aus beide Dipps wurde, aua, der Schmerz hört nicht mehr auf. Viele Tech-Aktien haben die Aussichten für den Rest des Jahres nach unten korrigiert. Auch wenn die gemeldeten Zahlen gar nicht so schlecht waren, hat es viele Aktien förmlich zerrissen. Hi, mein Name ist Benedikt und heute möchte ich dir mein aktuelles Depot zeigen. Und auch mein Depot ist stark von dem aktuellen Crash betroffen. Natürlich zeige ich dir auch mein Depot, wenn es mal nicht so gut läuft. Und wenn dir meine Transparenz gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du dieses Video mit einem kleinen Daumen nach oben unterstützen würdest. Fangen wir direkt an und nun viel Spaß mit dem Video. Bevor wir aber zu meinem Depot wechseln, möchte ich ganz kurz auf die wichtigste Meldung dieser Woche eingehen. Anleger haben ja schon fast ehrfürchtig auf die neuen Inflationsdaten gewartet. Die gute Nachricht ist, dass wir das erste Mal seit Monaten einen leichten Rückgang sehen und die Inflationsrate auf 8,3% gesunken ist. Die schlechte Nachricht ist, dass der Rückgang im Vergleich zum Vormonat nur minimal ist und man mit einem stärkeren Rückgang gerechnet hat. Zwar ist es gut möglich, dass wir nun endlich den Höhepunkt der Inflation hinter uns gelassen haben und die Inflation in den kommenden Monaten wieder sinken könnte. Aber es besteht weiterhin die Gefahr, dass die aktuellen Maßnahmen der FED nicht ausreichen werden. Die möglichen Folgen, ja die Notenbank könnte noch aggressiver vorgehen und die Wirtschaft weiter abkühlen, bis wir schlussendlich in eine Rezession übergehen. Zwar sind die geplanten Zinssteigerungen bereits in den Kursen mit eingepreist, nicht aber eine mögliche Rezession. Auch wenn wir in diesem Jahr bereits alle möglichen Negativrekorde im Tech-Bereich gebrochen haben, könnte sich der Crash noch auf den gesamten Markt ausweiten. Es besteht also das Risiko, dass die Notenbank über das Ziel hinausschießt. Aber wir wollen nicht immer alles schwarz malen. Auch Aktien wie Apple, Amazon oder Microsoft haben in Krisen starke Kursrückgänge erlebt und sich bisher immer wieder erholt. So ist Apple in der Dotcom-Blase um 82% eingebrochen und auch in der Finanzkrise 2008 ist Apple um 62% gesunken. 2013 musste das Unternehmen 45% Kursverlust hinnehmen. Fünf Jahre später, im Jahr 2018, waren es 39%. Es ist also nichts Ungewöhnliches, dass Aktien unter gewissen Umständen stark einbrechen. Allerdings muss man damit rechnen, dass es nur ein paar Jährchen dauern könnte, bis sich die meisten Aktien wieder erholt haben. Und ja, man darf sich nichts vormachen, denn nicht alle Aktien werden sich automatisch wieder erholen. Aber viele der Aktien werden über die kommenden Jahre organisch wachsen und der Aktienkurs wird dem Wachstum folgen. Wer also jetzt die richtigen Aktien auswählt, wird in 10 bis 15 Jahren immer noch sehr tolle Renditen machen können. Ich sehe derzeit also noch keinen Grund, meine Anlagestrategie zu ändern und werde meine Cashquote in den kommenden Monaten weiter reduzieren. Mein Fokus, wachstumstarke Tech-Aktien im Bereich der digitalen Transformation. So viel zu meiner Einschätzung und der aktuellen Lage. Springen wir nun direkt zu meinem aktuellen Depot und ich zeige dir, wie meine Performance derzeit aussieht. Hier könnt ihr mein Gesamtdepot sehen. Derzeit hat mein Depot einen Wert von 103.940 Euro. Ich bin ganz knapp im Minus mit meinen Kursen, also 0,08% im Minus. Das entspricht Kursverlusten in Höhe von 84 Euro. Und dann hinzu kommen nochmal Dividenden in Höhe von 1.070 Euro. Und realisierte Kursgewinne in Höhe von 1.500 Euro. Meine Gesamtperformance liegt bei 2,67%. Ich bin mittlerweile wieder positiv. Wie ihr sehen könnt, hier unten ist es leicht rot. Dort ist mein Depot auch mal ins Negative gerutscht. Für mich also kein Beinbruch. Wir haben jetzt den Donnerstag und den Freitag sehr starke Kursbewegungen nach oben gesehen. Für mich eine ganz klassische Bewegung aufgrund von geschlossenen Short-Positionen. Und der Markt war natürlich auch sehr stark überverkauft. Also eine Korrekturbewegung nach oben war schon lange überfällig. Mein Depot hat nun noch endlich die 100.000 Euro Marke geknackt. Ich habe hier die Kursschwäche kontinuierlich genutzt und weiter Anteile nachgekauft. Anfang des Jahres betrug der Kaufwert nur knapp 69.000 Euro. Und dann habe ich, wie gesagt, hier immer weiter meine Anteile erhöht. Hier unten könnt ihr auch noch mal meine letzten Aktivitäten sehen. Vielleicht gehe ich hier noch mal ganz kurz rein. Ich werde jetzt nicht auf jeden einzelnen Kauf eingehen. Vielleicht mache ich noch mal ein eigenes Video zu meinen Käufen in den letzten ein bis zwei Monaten. Da ist ja doch einiges hinzugekommen. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier kontinuierlich bei allen möglichen Wertpapieren Anteilen nachgekauft. Hier könnt ihr auch sehen, dass ich auch die eine oder andere Aktie verkauft habe. Dazu komme ich aber gleich noch mal. Wechseln wir noch mal ganz kurz hier zurück und gehen noch mal hier runter. Hier seht ihr die aktuellen Positionen in meinem Depot. Die größten Positionen sind natürlich weiterhin der MSCI World und auch der Emerging Markets ETF. Mittlerweile habe ich auch noch mal ein iShares Nasdaq 100 ETF hinzugenommen. Hier habe ich eigentlich einen kurzfristigen Trade durchgeführt. Ich wollte eine kurzfristige Kursschwäche nutzen, um Anteile zu kaufen und auf eine mögliche Bärenmarkt-Rallye zu spekulieren. Aktuell bin ich hier immer noch ganz leicht im Minus, aber ich hoffe, dass ich hier noch ein paar Kursgewinne rausholen kann. In meinem letzten Video hatte ich auch bereits erwähnt, die KLA Corporation ist weiterhin meine größte Position. Die größte Einzelposition macht mittlerweile 3.200 Euro aus. Hier könnt ihr also sehen, wenn ihr vielleicht nochmal in die alten Updates schauen würdet, dass meine Positionen deutlich kleiner waren. Und erfreulicherweise ist meine größte Position sogar noch ganz leicht im Plus. Ihr werdet jetzt schon sehen, dass sehr, sehr viele Positionen negativ sind und das ist auch nicht verwunderlich. Meine Strategie ist sehr Tech-lastig. Ich habe sehr viele Wachstumsaktien im Depot und wie ihr wisst, hat es die am meisten zerrissen. Ihr könnt ja so breit sehen, dass auch Adobe ist negativ mittlerweile. Salesforce, Netflix hat natürlich sehr stark nach den Quartalszahlen verloren. Das Nutzerwachstum hat sehr enttäuscht und die Anleger haben hier der Aktie den Rücken zugekehrt. Dann sehen wir hier Workday, eine sehr wichtige Aktie im Bereich der digitalen Transformation. Ist mittlerweile auch 15% im Minus. CyberArk hatte sehr, sehr gute Quartalszahlen. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wo ich meine Quartalszahlen her habe, ich nutze meistens die Seite BusinessWire. Das ist scheinbar hier auch eine Firma von der Berkshire Hathaway und dort könnt ihr immer sehr, sehr zeitnah die aktuellsten Quartalszahlen sehen. Also hier gucke ich dann meistens rein, wenn dann abends die Quartalszahlen anstehen und verschaffe mir einen ersten Überblick. Die Zahlen waren also sehr gut und die Aktionäre haben dementsprechend die Aktie dann auch wieder nach oben katapultiert. BlackRock ist mittlerweile immer noch 10% im Minus. Synopsis ist durch den sehr starken Tag heute wieder ins Positive gerutscht. Da freue ich mich natürlich. Dann haben wir ein Leidenskind hier. PayPal habe ich schon im letzten Video erwähnt. Schaut es euch gerne an, wenn ihr die aktuelle Meinung zu PayPal wissen wollt. Auch Accenture ist noch im grünen Bereich. Und hier unten sehen wir noch ein paar sehr starke negative Positionen. Digital Ocean, ich setze hier weiterhin auf den Cloud-Anbieter. Finde ich sehr interessant. Und hier unten haben wir noch ein paar andere sonstige Unternehmen. Ein Unternehmen, über das ich auch gerne sprechen möchte, ist natürlich Upstart. Upstart ist ein Unternehmen, das hatte ich vor zwei Monaten, glaube ich, als einer meiner Topkäufe vorgestellt. Und diese Aktie ist nach den letzten Quartalszahlen massiv eingebrochen. Die Aktie hatte enttäuscht, weil hier auch der Ausblick gesenkt wurde. Man erwartet also ein deutlich geringeres Wachstum. Die steigenden Zinsen belasten hier das Geschäft von Upstart. Und das Unternehmen erwartet, dass diese steigenden Zinsen das Kreditgeschäft belasten werden. Ich persönlich denke, dass Upstart zum aktuellen Zeitpunkt massiv unterbewertet ist. Ich habe tatsächlich Upstart vor Bekanntgabe der Quartalszahlen verkauft. Ich habe die Quartalszahlen von Netflix gehalten. Ich wurde natürlich massiv abgestraft. Ich habe Paypal gehalten. Ich habe Tellerdoc gehalten. Und diese drei Quartalszahlen haben wirklich mich ein bisschen verunsichert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in dieser unsicheren Zeit wollte ich Upstart nicht in die Quartalszahlen halten. Ich habe Upstart also vor den Quartalszahlen verkauft. Ich habe diese auch vorher schon mal getradet. Dort habe ich auch einen kleinen Gewinn gemacht. Und insgesamt bin ich mit dieser Aktie mit 420 Euro realisierten Kursgewinn im Plus. Und hinzu kommen noch aktuell 35% Kursgewinne auf eine kleine 500 Euro Position. Also auch wenn die Aktie extrem schlecht gelaufen ist, habe ich hier das Maximum rausgeholt. Aber nicht nur Upstart habe ich vor den Quartalszahlen verkauft. Auch Coinbase, auch hier war mir die Situation zu unsicher. Und auch hier wurde ich ja für diesen Verkauf teilweise belohnt. Denn die Aktie ist ja nach den Quartalszahlen bekannterweise sehr, sehr stark eingebrochen. Auf der anderen Seite habe ich bei CyberArk während der Quartalszahlen, ich hatte bei Businesswire gesehen, dass die Zahlen wie gesagt sehr stark waren. Hier habe ich nochmal nachgelegt. Und auch hier wurde ich belohnt, da die Aktie dann nach den Quartalszahlen sehr stark zugelegt hat. Aber wie gesagt, man kann nicht ganz genau sagen, wie der Markt auf die Zahlen reagiert. Man kann auch gute Zahlen haben und der Markt reagiert ganz schlecht. Man kann auch schlechte oder mittelmäßige Zahlen haben und der Markt reagiert dann auf einmal ja sehr positiv. Das ist teilweise sehr willkürlich und macht es für uns Investoren auch sehr schwierig, hier die richtigen Entscheidungen zu treffen. Hier seht ihr auch nochmal Teladoc. Teladoc, wie bereits gesagt, hat einen Goodwill abschreiben müssen und einen sehr hohen Verlust in den Büchern gehabt. Und die Anleger haben hier auch der Aktie den Rücken zugekehrt. Nvidia war auch eines meiner Topkäufe. Hier habe ich meine Position leicht aufgebaut, aber auch hier bin ich 10% im Minus. Langfristig für mich auf jeden Fall eine sehr sichere Aktie. Soviel zu der aktuellen Lage in meinem Depot. So sieht es derzeit aus. Wir wollen es aber auch nochmal anschauen, wie die Einzelportfolios aussehen. Und zwar verfolge ich ja derzeit zwei Strategien. Die eine Strategie, das ist das Passiv-ETF-Portfolio. In meinem passiven ETF-Portfolio bespare ich zwei ETFs monatlich. Einmal den MSCI World und einmal den Emerging Markets ETF. Hier hat sich grundsätzlich nichts verändert. Mittlerweile ist dieses Portfolio auf 60.000 Euro angewachsen. Ich bin immerhin noch 10% im Plus. Und das entspricht Kursgewinn in Höhe von 5.300 Euro. Hier seht ihr, dass die Performance auch stark nachgelassen hat. Zu den besten Zeiten war mein Depot knapp 30% im Plus. Derzeit ist das Portfolio nur nach 8,8% im Plus. Auf der linken Seite seht ihr die Wertentwicklung. Ab diesem Zeitpunkt seht ihr, dass die Wertentwicklung stärker zunimmt. Hier habe ich den Sparplan erhöht und habe hier meine Anteile immer weiter ausgebaut. Soviel zu diesem Portfolio. Hier hat sich grundsätzlich nicht viel geändert, außer dass ich den Sparplan deutlich erhöht habe. Dann wechseln wir auch noch mal zum Wachstumsportfolio. Hier werden wir leider sehen, dass dieses Portfolio 11,5% im Minus steht. Das entspricht Kursverlusten in Höhe von 5.700 Euro. Und hinzu kommen noch mal realisierte Kursverluste in Höhe von 2.700 Euro. Das ergibt eine Performance von insgesamt minus 16,8%. Das geht ehrlich gesagt noch dafür, dass ich sehr große Positionen drin hatte. Ich hatte Paypal drin, Netflix, Teladoc, Coinbase. Alles Aktien, die stark abgeschmiert sind. Und mit einer Performance von minus 16% bin ich hier auch noch ganz gut weggekommen. Auf der linken Seite seht ihr auch, dass ich auch hier die Kaufwerte erhöht habe. Hier habe ich auch kontinuierlich nachgekauft. Und insgesamt habe ich einen Kaufwert von fast 50.000 Euro mittlerweile. Insgesamt bin ich mit der Depot-Performance ganz zufrieden. Plus, minus, null in der aktuellen Phase ist auf jeden Fall akzeptabel. Aber so gut ist das natürlich auch nicht. Mein passives ETF-Portfolio hat hier, sage ich mal, mich über Wasser gehalten. Und mein Wachstumsportfolio hat mich sehr, sehr stark nach unten gezogen. Da ich aber einen sehr langen Anlagehorizont habe, bin ich sehr zuversichtlich, dass sich die meisten Aktien wieder erholen werden. Und auch ich hier in den nächsten 5 bis 10 Jahren den Markt trotzdem schlagen werde. Was steht als nächstes an? Als nächstes möchte ich mich noch ein bisschen mit den Fehlern auseinandersetzen, die ich hier gemacht habe. Denn ich habe hier zum Beispiel sehr viele Aktien bei Netflix nachgekauft. Die Nachkäufe waren teilweise durch Emotionen getrieben. Und das sollte so natürlich nicht sein. Wenn ich weiter nachkaufe, möchte ich auch ein bisschen die Positionsgröße im Blick haben. Also Sprichwort Risikomanagement. Dass einzelne Positionen nicht zu groß werden und man nicht zu viel Geld in Aktien steckt, die derzeit ja in einem sehr starken Abwärtstrend sind. Auch möchte ich mich noch ein bisschen mehr auf kleinere Aktien konzentrieren. Denn ich hatte ja bereits in meinem letzten Video vorgestellt, wie man aus kleinen Summen ein großes Vermögen macht. Dort habe ich einen kleinen Vortrag von Moni Sparbrei kommentiert. Ich werde dir das Video hier oben nochmal verlinken. Schau es dir unbedingt mal an. Denn ich werde auch hier in Zukunft mich ein bisschen auf kleinere Aktien konzentrieren und schauen, dass ich nicht nur Aktien habe, die eine sehr große Marktkapitalisierung haben. Hierzu wird auch noch ein Video folgen, in dem ich kleinere und interessante Unternehmen vorstellen werde. Und ich werde auch noch ein bisschen auf andere Anlagestrategien eingehen. Insbesondere zu Peter Lynch werde ich hier sicherlich noch ein Video machen. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie es bei euch derzeit im Depot aussieht. Seid ihr im Positiven oder seid ihr ins Negative gerutscht? Das würde mich mal interessieren. Wie immer vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Handelswoche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.